So, was hast du mal zu sagen, Solo? Ja, was ist los? Hast du gute Neuigkeiten? Sind das auch handliche Challenger? Oder sind das wirklich Platinspieler? Der eine ist türkischer Spieler, aber ich weiß nicht, ob der heil ist. Ich kann meinen normalen Playstyle hier gar nicht spielen. Der eine ist ja so Main, hier sind zwei oder drei Leute vergotten oder so. Oh, Sion ist für dich free! Niemand Sion hab ich gerade gesehen. Ja, kannst auch spielen, können ja auch zwei spielen, ne? Ja, mal gucken. Also du kannst wahrscheinlich hartforsen, wenn du möchtest. Ich müsste eigentlich Winstreak into Karma Vel'kos gehen. To be honest. Das sind die Comps, die nicht so contested sind, aber... Aber glaubst du... Du hast geschaut, was sie gespielt haben. War da Forgotten-Spieler dabei? Ich glaub, diese Runde Sion wär für dich halt wirklich free. Und Forgotten? Ich geh für den Kragas. Ach, du auch? Na ja, da geh ich mal für... Ah, nee, komm. Oh mein Gott, ich bin in die scheiß Wand gelaufen. Oh mein Gott, ich hab gar keinen Alpen jetzt. Ich bin in die scheiß Wand gelaufen, Alter. What the heck? What am I doing? What the fuck? So, du... Du bist hier bei Fahr, der beste Spieler in der Lurie. What the heck? What am I doing? Und du hast deinen kleinen Schützling dadurch ein Bow gegeben, also siehst produktiv. Legg' mich nicht ab. Sorry. Haha, ich war... Legg' mich nicht ab, du Schlingel. Weißt du noch, als wir Gamescom das Turnier nebeneinander gespielt haben? Wo ich Kados 2 getrauben hab heute? Ja. Kleiner Bastard. Kann ich mich erinnern, ja. Ah, der Kind. Mal gucken. Mal gucken. Selbst Handicappen? Ja geil. Die scheiß Wand klauen, Alter. Mir reicht dieses Johnny Handicap nicht. Ich nehm mir noch eins. Maus Disablen. Mich sieht's auch ein bisschen nach Karma wieder aus. Ich hab leider eher nen Vergottenstart hier. Okay. Da musst du halt gucken, ne? Ah ja. Schau mal. Beide drei hatten Vergotten gespielt, aber das hat wirklich selber wissen. Jaja. Keiner Sion, also ich... Whatever, whatever. Jaja, ich schau einfach, was ich hab. Noch ist alles open. Ja, Micey ist Vergotten OTP. Schon wieder Vergotten. Ja, ein Vergotten-Spieler. Kenne-Land ist sehr wahrscheinlich Yasuo. Und Nioh ist Yasuo Main, soweit ich gesehen hab. Okay. Okay. Also einer Vergotten, einer... Zwei wahrscheinlich Yasuo. Ja. 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 Oh, wow. Ja. Ja. Oh, cool. Ne. Ja, observe. Ja, insja. Ja, 인� Personsasi. We're chưa. Ja, ne. Tophie ist Jaso Nios Jaso Main hat Jaso gefunden Unglücklich Rutenera ist irgendwas AP, Velkos, Karma Meizy ist Forgotten Main Stuart ist sehr wahrscheinlich auch Forgotten Candyland ist Forgotten oder Jas, Forgotten eher Was hab ich gesagt? Zwei Jaso Zwei oder drei Forgotten sogar Einer Velkos Du musst dann selber wissen, ne? Ja, ich hab leider wirklich noch nicht so Die Hits in irgendeine Richtung Aber das wird Aber ich denke, also Also ich würde dir empfehlen, dass sie nicht so spielen Ne, ne, ne Die Lobby ist auch langsamer, ne? Die Leute halt Ist halt nicht Full Challenger, Lobby, Weltmeister Ist schon wieder hier Es ist generell gerade schön gegen Lineups zu spielen Die ich schon mal gesehen hab Diese ganze, so viele KZX LeBlanc Ich hab's noch nie gesehen als Aufbau Es war einfach Okay Oh mein Gott Oh, du bist Give it to me, Baby Let's go, okay Du bist Sion, erster Platz Let's go So, es tut so gut It's too free, it's too free, it's fine Jetzt muss ich noch gucken, dass ich Top 2 werde dann Alter, Solo Bitte Was ist los? Okay Ah, schade Okay, müssen wir ein BF mitnehmen Oh, das ist draconik Let's fucking go, guys Ich glaube, ich geh nicht draconik Also solltest du safe von mir sein zumindest Dude, lass dich von mir nicht aufhalten, na? Ja, 2, 4, 6, 8 Fehlt ein Gold Ah, ich muss zu Raka verkaufen Die Unkunde Ah, ich muss zu Raka verkaufen Let's give them a show Ich hoffe, niemand helft Ich hoffe, nicht zwei Spiele, die Karma wieder halten bis Stage 5 1 Ja, das halte ich für unwahrscheinlich Oh Mann, Alter Boah War schon nicht geil Ich höre ihn Freut auf mich gedacht Auch mal ein Mal zurück So, wir spielen jetzt Runde gegen Niu Gegen Johnny Boah, Johnny Ja, ich hab halt einen scheiß Start gehabt Aber still free as fuck Ja, das ist fein Losstückstart ist komplett Also, es sollte auch sein Ja, ich hab halt eine Runde gewonnen Weil irgendwer kompletten Scheiße aufgestellt hat Hab mich ein bisschen sauer gemacht Aber ich wollte nicht flame Nein, das sah nach absoluten Troll aus Oh boy Was ist los? Hast du noch mehr gehirald? Ich hab noch einen Sparte da bekommen Okay, noch einen Sparte ist Eigentlich noch eine Bombe ist auch okay an sich Du sagst Set Abomination, ne? Lass mal kurz gucken Der da 2 ist Set ist okay Ich hab eh noch keinen Kannst du auch schon mal Bow geben Kalisto und so Ist auch okay Ja, ja Du bist auf jeden Fall Und Brian, danke ich auch Kannst auch Bow Stats geben Ist kein Thema Wahrscheinlich sogar besser Okay Die machen ja Emotes Meine Gegner Bei dir auch? Ich glaube Ich kann mich nicht darauf konzentrieren Ob sie Emotes machen Vielleicht machen sie es nicht Meine Gegner machen Meine Emotes Oh yes, baby Yes Let's give them a show Their fear is wise Fear into the darkness Fear into the darkness Fear into the darkness einfach wieder nur noch brand das ist einfach was meinst du ich hab ein bisschen bisschen ich gerade aber ich habe weder nun noch brand gehittet und war die ganze auch richtig ob das ist keine bomben drei bomben ja ich hatte zwei ja das war das fucking problem ich muss vier einzelner wie sie mir auch unterrollen 458 was kann ich diesmal nicht also shadow glove kann man double abomination über spartfiller spielen hilft sex überhaupt du kannst vielleicht machst erst mal kannst du auch eine zweite glatt nehmen damit erst mal fünfer bomben hast ja das ging auch da wäre auch ein reis mit tier theoretisch das wäre auch ein reis mit tier also ja ich habe auch überlegt aber ich habe ich nicht ich habe einfach das gefühl der reis das reis mit hier wäre auch vier nach ich hasse mich ach ich bin ich bin am griffen solo das packt mich ab reis mit tier wäre auch ja aber es ist auch okay du kannst halt ähm kannst halt draconik jungs raus also kannst halt eine kalisse oder so später raus naja kalisse ganz spiel raus dann dann auf einfach auf level zwei jungs halt ja später kalisse raus reis passt man tust halt schon mal früher mystic und so rein ja ja mann team wird nicht stark auf muster geben und k6 fällt hart körper und sagen dass du den fight gewinnt ja ich muss k1 level sie mal in den gehen wenn die zu mäßig auszeit es war auch sehr dass ich gerade von aber wie nation drei auf fünf gehe und instant dicht pfeffer hat zwar alles gute lust ist gut für mich ich hab bloß schick also hast du kannst du schon einschätzen ob das eher ein ap oder ad game ist also eher mystic oder forgotten magic physical magic mixed magic ist relativ mix also relativ mix hier spielt ja einer diesen vladimir muss ich jetzt in meinen bild irgendwie hier reduction integrieren um den später zu können oder ist das wain version külten auch so der hat gar nichts der reis hat heute noch nicht so viel bock auf mich ach komm der gegner hat schon shadow blood rice aber ist ok knapper los seht ok für mich so ok 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 also vergotten wir haben denen die besten hier So viel, okay. Candy, nutzt deine Tierliz? Ich glaube auch, ja. Muss es geben, ich glaube auch. Ich hab das mal erwähnt, Onstream. Eine Karma-Hitner. All will die, all will be meine. The Coven has eyes everywhere. Nice. Game is kinda doomed. Ich hab noch kein Covey. Die Karma nicht, oder was? Ich hab weder Karma noch Vel'Koz. Aber ich kann nicht beides halten eigentlich, also. So, weder Karma noch Vel'Koz. Alex fällt wirklich hart ab, aber das... Ist dann auch gute Arbeit geleistet eigentlich. Ein paar Jungs mal gekillt. Oh, gut shit, gut shit. Look at this one. Was ist los? Ja, es ist schon der Blut auf Reis. Bravo. Shit. Ist das ein Reis-Game, oder was? Ich bin deine König. Zum Glück sind die Lobby's nicht so stark. Sonst wär' ich schon 40 HP-Hitner, wer anders. Ein galsiges fucking useless. Aber ich muss auch linken jetzt her. Hab schon zu viel geräuscht. Hab sogar Nikos help eigentlich. Theoretisch kann ich Karma gut hitten. Aber auch nur theoretisch leider. Karma 2. Ah, so viele Dreams, Mordorize. Mit welchen Items soll ich den scheiß... Karma ist unkontestet. Fuck, man. Okay, wir sind Velcro, so wie es aussieht hier. Hab' ich sechs Dingens? Mir fehlt noch einer, ne? Wir haben auch Karma. Was ist los? Ich könnte hier... ...8 Rushen und 5 Draconic spielen. Ist das legal? Draconic ist nicht so wichtig, aber... ...wenn du denkst, kannst du das reintun. Was ist wirklich nicht so wichtig. Ist viel wichtiger, Level 7, Cyber 3, nur 13. Okay. Also ich hab halt ein Heim, also... ...soll ich den einfach statt Udi rein? Kannst du machen, ja? Okay, ich muss auch Linda auf Level 7 leider. Scheiße, Mann. Draven 3, keck weh. Actually, Draven 3, keck weh. Geryn. Hallo? Wait, du hast doch gar keine... Du bist ja zehn Jahre entfernt von Nazarra 3, Uttrack. Ja. Kannst doch acht gehen, all gestern. Kannst doch acht gehen, dann. Du bist halt wirklich weit entfernt. Ja. Wiest du hörst? Diese Heламant. Ich lerde. Ja. Du bist zu stark, Jody, oder? Du bist zu stark, oder? Ich weiß nicht, ich hab nicht so gutes Einhaltens bisher. Gente ist scheiße. Ansonsten AP verloren, ich hätte eine Backline auf jeden Fall killen können. Okay, ich kill Level 8, Timo noch, Geryn an sich für Kragas. Scheiße. Scheiße. Sofie, Stuhl, okay, Kek, W, Nio, das contestet ja keiner, Sairos jetzt zum Gehen, ne? Meister? Naja, es spielt ja keiner Sairos, das... Naja, es sind drei Leute forgotten, also, forgotten wär Int gewesen. Warte. Oh, vielleicht noch nicht mal geultigt. Johnny, du musst Erster werden. Okay. Sieht nicht cool aus. Äh, sollte ich, ich rolle auf 7 für Saira, ne? Oder kann ich 8 gehen und dann rollen? Ja, Saira nur, nur 3. Außer du Hyrule ist komplett. Wenn du denkst, du bist stark genug, kannst du auch... Du kannst doch, was du vorhin meintest, kannst du auch 8 gehen und 5 Drakoning, wenn du möchtest. Ich meinte. Ja. Du hast Saira 3 gleich, ne? Du kannst doch Saira 3 zuerst machen. Ja, ich mach Saira 3. Ich mach Saira 3. Ich gehe 8 und ich habe gar nix, ne? Ich gehe 8 und ich habe gar nix, ne? Ich denke, ich bin Angst. Ah, mal 1. Mal 3 Kekweh. 3 Kekweh. 4 Kermas, fuck it. 3 Kermas, fuck it. 3 Kermas, fuck it. Nein, ich gehe 4 Kermas, fuck it. ah scheiße ich werde perma gestunnt scheiße ich werde perma gestunnt und rise gleich killt ihr einfach schnell guys komm 10 karmas karma 3 ist meine rettung how is possible ich habe 50 gold gerollt keine karma into 5 karmas in folge oh scheiße kannst du dich locken hier ist aber karma 3 hol mich hier raus halt auf kragas richtig es hat wirklich auf kragas sogar das war aber nicht unbedingt der win suche ich der win suche ich food 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 was kaca aufnahmen räuml ich muss gehrin hitten Ja, gehst du hier raus, ne? Gehst du hier raus. Karma 3 ist halt. Karma 3 ist eigentlich in. Bei Legendaries, kein Garen. Kegg weh. Kegg weh. Ah, ich kann Timo nicht kaufen, Alter. Ich bin dann tot einfach. Ich bin echt tot einfach danach. Ist nicht gut. Ja, Johnny musst du haben, ne? Hab ich. Muss ja. Willst du mir helfen? Ja, ich kann. Ich guck bei dir. Ja. Was sagst du? Ich hab 22 Gold. Ich hab halt noch eine Nico und da sind viele Upgrades, die ich hitten kann, ne? Du kannst sonst rollen, glaub ich. Jetzt? Du sollst wahrscheinlich auch einen Nuno und dann Nikos. Und dann... Also wenn du Sire 3 hittest, kannst du auch einfach 8 gehen, ne? Alter, ich hab's nur noch nicht mehr in Time reinbekommen. Was z- und so brauchst du gar nicht auf 3? Das ist einfach eine tote Einheit. Ja, aber da ist ja Auburnation drauf, ne? Hm. Da kannst du auch hier mal anderen geben, theoretisch. Also dem anderen Level 2 einmal nicht. Ja, aber wenn er Level 3 wäre, ist das nicht insane für das Sein? Es gibt ein bisschen, glaub ich, so... Glauben wir so 40 HP, 10 HD oder so, oder 5 HDs, was in der Richtung. Ja, ich dachte, der Unterschied wäre insane. Nee, nee, nicht so viel. Aber hast du, ja. Hast du, glaub ich. Ja, ich würd die Sets nicht mitnehmen. Was eher 4 Mystic am Ende. Also ich würd's Set einfach verkaufen. Ja, ich wär grad nicht auf 20 gekommen, also... Hab ich's rausgezögert. Weil du gehst zu Level 8 und dann tust du 4 Mystic rein. Das heißt, ich könnte jetzt verkaufen und auf 8 gehen. Ja, hast du Mystics, zumindest auf der Bank. Nee. Lass mal kurz gucken. Utenera ist Magic. Candyland ist Magic und Physical. Ich mein, ich kann ja auch 6-1 warten, na? Ist ja echt schön vor allem. Ja, es ist auch Magic, True Damage. Und der Steward ist der Einzelne, der wirklich Full Physical ist. Also wenn der Steward stirbt, ist eigentlich nur noch Magic Damage drin. Also 4 Mystics schon ganz gut. Hm. Mystics ganz gut. Kindred, I guess, wa? Hm. Ja, Kindred, äh... Lulu 2. Kindred, Lulu 2. Der Rest kannst du behalten, I guess. Wait, killt der Vigo gleich mal einen... Sein einfach? Oh, Poggo? Poggo, ja. Kannst erster werden, nice. Das war der 1. Oh, der hat nicht so... Oh. Nicht so viel Schaden, genau. Ich mein, ich bin 1 weg von Z, ne? Der macht halt legit nicht viel. Aber ne tote Einheit. Kannst du lassen, ja, lassen wir mal. Musst du selber entscheiden. Okay. Kannst du mal probieren. Und wenn der nicht gut ist, dann später einfach 4 Mystics rein. Soll ich sieg es dann auch noch auf Heimer klappen? Ja, ne? Ja, sieg es auf Heimer, ja. Ich mein, ich hab halt die ganze Zeit nichts, was mein Sein kriegt, ne? Der kriegt der Tech Speed von Brand, aber... Ja, ist okay. It's okay. Äh, ich geh auf 8, ne? Ja, kannst 8 gehen. 8 gehen und nochmal rollen ein bisschen, vielleicht. Weil dir nicht mehr viele Sachen fehlen. Ein Set, ne? Ja. X muss auch noch vergeben. Ich fahre jetzt vor allem auch in Mythic, ne? X, X für noch aufbauen. Ich mein, ja, 4 Mystic an sich. Mystic ist schon gut, ne? Äh, genau, sieg es, ja. Boah, jetzt Ico wahrscheinlich. Ico, 11, 9. Was kannst du spielen am Ende? 11, 9, 4 Mystic. Ich mein, ich hab immer noch Charconic drin, ne? Ja, ja. I guess, okay. Aber siehste, siehste, ein Set, der macht nichts, ne? Level 3. Ja. Ja, ich dachte halt irgendwie, dass mein Sein dadurch jetzt Gott ist, weißt du, ne? Ja, ich will shit einfach 40 HP oder so. Fast gar nichts, einfach. Klar. Welcher Platz bist du geworden? Ich hab nicht aufgepasst. Sechster hab ich mich geworden. Kleine Backseater. Ja, John hat gefragt, ob ich zu Backseaten soll. Ja, bitte! Du bist der einzige Mensch auf der Welt, von dem ich gerne gebackseaten hätte. Und mehr, ne? To beahe anders. Gab's Item? Ne, ne? Ne. Ja. Guck mal den Candyland an. Candy und, also, weil das kann ich selber. Ja, ist okay, wenn du voll bist. So Traven mitnehmen. Und Utinera sucht auch... Ich hab zwei Kamas gerade. Soll ich die nehmen? Ne, sucht keiner. Der eine sucht Heimer, Volibear, also... Traven, Volibear, Heimer. Aber Heimer sucht er selber, also. Volibear und Heimer. Große Umstände muss ich auch nicht, ne? Ich muss eigentlich, glaub ich, sein, right weg, wegen Thresh. Aber ansonsten ist, glaub ich... Wissen wir, was ich hier umstellen soll. Thresh? Hat er eigentlich Trash? Irgendwer hat eben mich gehobbt, ja. Ja, allerdings, Candyland hat Thresh. Ah, ist okay. Ist so schlimm. So Shadow Trap, glaub ich, eigentlich macht das eigentlich nicht schlimm. Ja, der Hook gegen... Es sah so aus, als wäre es irgendwie trotzdem drin. Das hat mich... Unruhigt. So, hier kannst du mal seine Damage angucken. Das ist nur Magic, ne? Und Two Damage. Ich kann's schauen für dich, gerne. Ja, das ist Magic. Magic und Two, ne? Ja. Also, vier Mystic wär schon gut am Ende. Also, einfach Level 9 Rush da. Morgana kannst du wahrscheinlich... Hast du noch eine Morgana? Ansonsten würde ich einfach verkaufen, wahrscheinlich. So, du willst hier für 9 gehen, oder was? Ja, Level 9 für Mystic, wenn du den Rest behalten möchtest. Das heißt, ich schmeiß die Morgana raus. Hast du mir gerade überlegen, kann ich über Venation auf wen anders klatschen, wo's besser ist? Ne, ne? Ne, du hast nur noch eine Morgana auf der Bank, also, ja. Ja, ja, die meine ich ja. Aber ich hab gerade überlegt, ob ich die Morgana auf dem Feld verkaufe. Ja, ja, kannst du... Rice hat auch Heimendinger 2 schon, ja. Also, ich verkauf die Morgana auf der Bank, ne? Erstmal würde ich Rice und Udi verkau. Hast du dann genügend Gold? Kannst du Morgana für eine 1,5? Ja, ich bin jetzt auf 31. Weiß nicht. Ja, 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 hab ich. Kenne, Blend, bedankst du für deine Sheets oder hast du? Oh, das ist bei Zeilen, ich hinten bis zum Velcro's durchkommt, ist ja keiner sad. Hat sie gerade gesagt im Stream. Schlinge. Hier auch kein Thema. Ja, looks good, looks good. Was haben wir hier noch im Angebot? Einfach das Feuer hier, ne? Dings hier. Oh, Ju, kann es nicht? Ju, kann es nicht? Für den Zyra? Du fielst noch, dir für deinem Item. Ist ein bisschen spät wahrscheinlich. Locket einfach dann sonst. Sehr viel sonst. Ja, ein bisschen. Sorry, Margaret. Ich, ne, ich kenn die, ob du das glaubst oder nicht, die Itemnamen sind ja, kenn ich ja nicht. Braucht mein Hirn so lang. Voliware will ich aber nicht halten, ne? Für neun. Ne, du kannst aber Large Rod geben vielleicht sogar. Das ist aber Large Rod. Was ist denn auf Rant, oder? Ich kann Large Rod Rage Ben machen jetzt. Ja, ja. Entschuldigung. Dann hast du gar nichts, ne? Ja, eigentlich, das war 2, äh, 3 aus einem Zyra. Ja, ja, ich hab's nicht gesehen. Richtiges Item auf Set einfach geben, oder so, für den Sion. Oh, Shadow, du brauchst Shadow Last Whisper gegen den. Oh, du brauchst Penetration gegen den. Du brauchst 4 Mystic und Penetration. Ja. Okay, aber ich kann mir jetzt keinen Last Whisper aus Marsch ziehen. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Static Shift gegen den Heimlinger vergau. Ah, okay. Ah, ist okay. 3 Mystic gewinnst du auch, passt schon. Ich guess du hast Set für, äh, bisschen Penetration. Ja, genau, deswegen hab ich den ja auf 3 gemacht, ne? Das hab ich von Anfang an geplant, hier. Passt schon. Oh, Junge, die Runde hab ich mehr gegriftet als die Runde davor, und es läuft besser. Ja, kann ich sagen. So langsam mal Lombis, ne? Krieg's halt for free alles. Bist du auch un-contested? No. Ist schon mal ein 3er, also. Kann sein, dass ich die nächste Runde auch contesten. Soll ich? Ich, ich könnte jetzt schon 9, aber ich geh lieber nach der Creep Round 9, oder? Da kann ich noch ein bisschen rollen. Kannst du 4 Mystic reintun, aber würde ich Level 9 4 Mystic einfach geben? Nee, ich hätte nur noch 2 gehört, und ich hab keinen Mystic auf der... Dann chill einfach einer runter, ich weiß. Soll ich mal irgendwas umstellen? Ich mach ja nix, ne? Für mein Geld. Ich chill, das sollte ich wahrscheinlich mal so machen, ne? Du kannst den Nunu... Der stellt jetzt seine Cairnsitz. Du kannst den Nunu vor die Rail stellen. Oder vor den Garren. Ah, hast du, ja. Ja, genau. Damit das passiert. Bei den Alvern, müsstest du es nicht fressen, der hat Revenant, ne? Aber die Zyra wird fast sick. Ja, das Umstände hat sich nicht gelohnt. Zyra hat eine Zyra gekillt, okay. Okay, muss ich nicht, weil sie beschleifern. Johnny, gut, TFT-Wars, ja. So. Das pack ich aber jetzt auf die Morgana, oder? Damit das mein Sein kriegt. Oder auf ein Set, oder? Kannst du machen, ja. Kannst, äh... Set, I guess. Ich glaub, Set tankt das gut. Kannst Set gehen, ja. Das ist besser als Rageblade, ne? Sollte wahrscheinlich besser Rageblade, ja. Also Shadow Last Whisper irgendwo her, wenn du siehst. Aber so weit kommt der vielleicht gar nicht mehr. Woher soll ich denn ein Shadow Last Whisper kriegen? Achso, aus dem Karussell, meinst du? Und jetzt roll ich einfach für den vierten Mystic runter, ne? Ja, vierter Mystic. Vierter Mystic, Heimat 2. War das mit so'n Garrym hier? Kannst du auch reintun erstmal, ja. Wenn du keinen vierten Mystic hast. Und guck, Nunu, ne? Zyra weg von Vel'Koz und Nunu auf Red oder Garrym drauf. W-w-w-wert? Nochmal. Nunu auf Rell und Zyra weg von Vel'Koz halt. Ja, ja, ja. Ich war sehr mit mir selbst beschäftigt, leider. Ja. Aber er hat zumindest die richtigen Items, das erinnert. Hab ich heute oft genug gegrieft. Oh, nice. Die Stunt-Ensen von Zyra. Perfekt. Looks really, really good. Really, really good. Nice, hey. Oh, es tut so gut, dich einmal nicht gegrieft zu haben, Solo. Na, das hab ich nicht gegrieft, fast schon. Oh, God fucking bless, ey. Boah, ich hab so viele Fehler in dieser fucking Runde gemacht, aber I don't care, I don't care. Es war uncontested, ich war mega free. Ja, ich bin auf die scheiß Wand gelaufen, aber zumindest hast du das, Bo, bekommen dann, ne? Ja, Alter, die Wand wär nicht mehr in meiner Top Ten meiner größten Feder hier, Alter. Oh. Krass. Aber ich muss zugeben, ich bekomm ein Bo, ich kann trotzdem hier nix spielen, weil drei Leute vergotten, einer Jas und so, es ist hart contested, Bo. Das ist Bo, ich meinte schon am Anfang, Bo statt, in der Lobby ist die DJ. Ist Vel'Koz oder Karma only, in der Lobby? Ja, man, ich hätte mehr Vel'Koz-Units als das, ob du da bist. Oh, yes, baby! Oh, yes! Les, danke dir, danke dir auch für dein Vertrauen. Ach, du Scheiße. Chill, ne? Ich hol mir kurz was zu essen. Ja, ich kann beide Chats unterhalten, wenn du mich offen lässt. Achso, ich rede mit dem Chat einfach. Achso, während du isst, ja gut, nevermind dann. Aber gut. Oh, Leute, ey. Ich hatte echt ein bisschen Schiss, ey. Aber ich meine, die Lobby war halt jetzt schwächer. Also, nur, wie viele Challenger waren, zwei oder so. Uncontested. Reingekommen, Zyra 3 bekommen. Oh, yes, baby! Labo Katnenza, danke dir. Das war so wichtig. Das war so wichtig.